Wir wollen uns näher mit Aussagenlogik beschäftigen und zwar nicht so sehr aus Sicht der technischen Informatik, wo man logische Gatter betrachtet oder aus Sicht der reinen Mathematik, wo es um Logik natürlich auch hier und da geht, sondern aus Sicht der Informatik und auch insbesondere aus Sicht der Berechnung in der Informatik, denn die hat uns ja schon mit den formalen Sprachen und Automaten ein bisschen beschäftigt. Anfangen möchte ich, wie man das bei einer Logik so macht, mit der Syntax. Das heißt, heute geht es zunächst um die Syntax der Aussagenlogik. Mein Name ist Markus Krutsch. Herzlich willkommen zurück bei dieser kleinen Videoreihe zum Thema Logik und Berechnung, sollte ich jetzt vielleicht sagen, hier an der TU Dresden. Ja, die Aussagenlogik. Die Aussagenlogik ist an sich eine relativ einfache Sache. Es geht um Aussagen, natürlich. Die Aussagenlogik beschäftigt sich dabei natürlich nicht nur mit den Aussagen selbst, sondern auch vor allem mit deren logischen Verknüpfungen. Was soll das sein, eine Aussage? Eine Aussage in der Aussagenlogik ist einfach eine Behauptung, sage ich jetzt mal, die wahr oder falsch sein kann. Also eine atomare Aussage. Zum Beispiel A1, morgen schneit es. Oder A2, wir werden einen Schneemann wahren. Kann wahr sein, kann falsch sein. B1, die Vorstellung von der globalen Erderwärmung wurde von den Chinesen erfunden. Kann wahr sein, kann aber auch falsch sein. Ich muss sagen, als ich die Folien angeschaut habe, musste ich etwas schmunzeln, als ich das gesehen habe. Die Folien haben schon ein paar Jahre existiert und es gab tatsächlich eine Zeit, in der war das aktuell. Ja, also einer der bekanntesten US-Präsidenten hat das mal gesagt und hat auch so ähnliche Statements noch einige Jahre lang abgegeben. Aber inzwischen ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Die Menschen, die lange Zeit gesagt haben, die Erderwärmung ist eine Erfindung, sagen jetzt, wir werden die Welt nicht retten. Ja, also es ist ein ganz interessantes psychologisches Phänomen, dieser abrupte Übergang von es gibt kein Problem zu, das Problem ist so schwierig, dass wir es unmöglich noch lösen können. Mit wir meinen sie natürlich in der Regel nicht die Menschen, sondern nur eine bestimmte Gruppe. Ja, also wir, die Autofahrer, werden das Problem nicht lösen, wenn wir aufhören, so viel Auto zu fahren. Wir, die Fleischesser, werden das Problem nicht lösen, wenn wir aufhören, so viel Fleisch zu essen. Wir, die Deutschen, werden das Problem nicht lösen, wenn wir unsere Technologien umweltfreundlicher machen. Wir, die Studenten, werden das Problem nicht lösen, wenn wir irgendwo auf die Straße gehen und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich irgendwie alles. Diese Teilgruppen werden das Problem nicht lösen, aber vielleicht dazu beitragen. Ja, sehen wir mal, wie weit wir kommen. Also historische Aussage B1. B2, die Temperatur der Ozeane ist seit 1998 in unverminderter Geschwindigkeit angestiegen. C1, die Typ-2-Sprachen sind unter Schnitt abgeschlossen. C2, Typ-2-Sprachen sind unter Komplement abgeschlossen. C3, die Typ-2-Sprachen sind unter Vereinigung abgeschlossen. All dies sind Dinge, die wahr sein können oder falsch. Und all dies sind Dinge, die natürlich in gewisser Weise sich der formalen mathematischen Modellierung entziehen. Sie können das, was hier drin steht, nur zu einem gewissen Grad, vielleicht im hinteren Teil schon, aber in anderen Fällen eher nicht mathematisch beschreiben oder erfassen oder für einen Computer zugänglich machen. Was heißt es schon, dass es morgen schneit oder dass wir einen Schneeband bauen? Und trotzdem kann ein Computersystem selbst ohne dieses Verständnis mit der Wahrheit oder Falschheit solcher Aussagen arbeiten. Und das ist das, was letztlich die Aussagenlogik dann liefern soll. Okay. Gut. Das ist also der Name und das, worum es in gewisser Weise geht. Die eigentliche Mächtigkeit, der eigentliche Nutzen von Aussagenlogik besteht nun darin, dass man Aussagen miteinander verknüpfen kann. Das macht man mit sogenannten Junkturen oder auch logischen Operatoren, je nachdem kann man so oder so nennen, die zum Beispiel so etwas bilden können wie A1 impliziert A2. Das würde im Prinzip kodieren die Information, wenn es morgen schneit, dann werden wir ein Schneemann bauen. Oder auch A1 oder nicht A1, entweder schneit es morgen oder nicht. B1 impliziert nicht B2. Falls die Chinesen die globale Erwärmung erfunden haben, dann steigt die Temperatur der Ozeane nicht unvermindert an. Oder auch C1 und C2 impliziert C3. Falls Typ 2 Sprachen unter Schnitt und Komplement abgeschlossen sind, dann auch unter Vereinigung. So, einige dieser Dinge stimmen vielleicht. Beim letzten wissen Sie auch warum. Ja, demorganische Gesetze hatten wir schon mal erklärt. Okay. Das heißt aber nicht, nur weil ich hier hingeschrieben habe, dass irgendetwas davon stimmen muss. Wir können Aussagen natürlich auch in einer Art verknüpfen, die nicht korrekt ist oder wo das Ergebnis nicht stimmt. In gewisser Weise ist es die Aufgabe der Logik zu ermitteln, unter welchen Bedingungen eine solche zusammengesetzte Aussage dann stimmt. Und was wir wissen können, wenn wir sicher sind, dass sie stimmt. Was daraus folgen wird. Das wird die Logik erklären. Gut, also auf die Art können wir zusammengesetzte Ausdrücke bilden. Und darin ist natürlich eigentlich das Interessante dann, was man auch am Computersystem erfassen kann. Was die Aussagen selbst bedeuten, das weiß ich nicht. Das kann der Computer nicht verstehen. Aber die Zusammensetzungen der Aussagen, die können wir nachvollziehen und darüber können wir sprechen. Wenn einige Formeln als wahr angenommen werden, dann kann die Wahrheit anderer Formeln daraus abgeleitet werden. Das ist das, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Wir können aus der Wahrheit bestimmter Teile die Wahrheit bestimmter anderer Teile schließen. Logisch, Schlussvorgang. Beispiel. Falls ich weiß, dass B2 gilt, die Temperatur der Meere steigt an. Und falls ich außerdem weiß, dass die, falls die Chinesen die Erderwärmung erfunden haben, die Temperatur nicht ansteigt, dann folgt, die Chinesen haben nicht die Erderwärmung erfunden. Das ist eine logische Konsequenz. Jeder Mensch, der diese beiden Dinge akzeptiert, sollte auch Letzteres akzeptieren. Wir wissen, die Welt ist leider nicht so einfach. Menschen sind nicht so rational, wie die Logik es gerne hätte. Das war aber tatsächlich irgendwann mal die Idee der griechischen Philosophen, die angefangen haben, über logische Schlüsse nachzudenken. Dass sie sagten, es gibt bestimmte Dinge, die jeder Mensch rational akzeptieren müsste, selbst sobald bestimmte andere Dinge akzeptiert werden. Was ich glaube oder nicht glaube, das ist im Einzelfall schwierig zu begründen. Und das muss man vielleicht jedes Mal neu vorhandeln. Aber wenn ich bestimmte Dinge glaube, dann muss ich auch bestimmte andere Dinge glauben, weil sie eben logisch folgen. Das war das Anliegen der Philosophen und das war für viele Jahrhunderte lang die Grundlage für die Weiterentwicklung der Logik, dass man solche Ableitungen korrekt darstellen wollte, lang bevor man damit rechnen konnte. Heute können wir noch ganz andere Dinge mit Logik machen, aufgrund unserer Rechnungsmaschinen, mit denen wir arbeiten können. Ein anderes Beispiel aus C1 und nicht C3 und der Tatsache, dass C1 und C2 C3 impliziert, folgt nicht C2. Warum ist das so? Naja, wenn C1 und C2 beide wahr wären, dann müsste ja mit dieser Aussage auch C3 gelten. Aber von der weiß ich schon, dass sie nicht gilt. Und das ist ein Schluss, den wir tatsächlich so angewendet haben, als wir über die Abschlusseigenschaften von Typ-2-Sprachen nachgedacht haben. Da haben wir auch tatsächlich die Falschheit von C2 daraus gefolgert, was wir bereits wussten und aus dem demorganischen Gesetz. Das ist also im Prinzip der ganze Beweis in einer Zeile im Wesentlichen zusammengefasst. Noch ein Beispiel für eine Nichtfolgerung. Wenn ich weiß, dass, falls es morgen schneit, ich einen Schneemann baue und außerdem es morgen nicht schneit, folgt daraus nicht, dass ich keinen Schneemann baue. Äh, da ich einen Schneemann baue, Potter. Kann ja trotzdem einen Schneemann bauen, vielleicht ist ja Schnee da. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt auch Dinge, die eben nicht logisch folgen. Und auch das zu verstehen war in der philosophischen Diskussion wichtig, aber natürlich auch in der mathematisch-technisch. Okay, das ist logisches Schließen und das möchte man in der Regel erreichen, wenn man eine Logik irgendwie definiert und implementiert. Das Besondere daran ist, dass die Gültigkeit dieser Schlussfolgerungen nichts mit Schneewändern, Erderwärmung und Typ-2-Sprachen zu tun hat. Das ist eine rein logische Konsequenz. Sie kann rein mechanisch verifiziert werden mit einem Computerprogramm. Ja, okay, Beispiel, eine Logelei. Anna behauptet, Barbara lügt. Barbara behauptet, Chris lügt. Chris behauptet, Anna und Barbara lügen. Wer lügt? Und wie kann man das beweisen? Können Sie mal drüber nachdenken. Gut, da komme ich nochmal später drauf zurück. Zunächst wollen wir uns nochmal die Syntax anschauen. Da gehe ich mal aus dem Bild. Syntax ist immer ein bisschen ein trockenes Thema, aber kein schwieriges zum Glück. Wir betrachten eine abzählbar unendliche Menge p von atomaren Aussagen. Man nennt die auch aussagenlogische Variablen, Propositionen oder Atome. Denn es sind die kleinsten Bestandteile einer Formel. Die Atome kann man nicht weiter zerlegen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, dass die Erde sich erwärmt oder dass es morgen schneit. Und was das vielleicht miteinander zu tun hat. Sondern wir können das nur als atomare Dinge betrachten, aus denen wir dann kompliziertere Aussagen oder Formeln zusammenbauen. Wir betrachten eine abzählbar unendliche Menge von solchen Aussagen ganz einfach deshalb, weil wir unsere Logik nicht von vornherein so definieren wollen, dass es nur endlich viele Aussagen geben kann. Sondern wir sagen, wir haben immer genügend zur Verfügung. Natürlich wird in einer bestimmten Formel oder in einer bestimmten endlichen Menge von Formeln immer nur eine endliche Menge von Atomen wirklich auftauchen. Aber wenn man eine Sprache definiert, dann sagt man oft, man hat eine abzählbar unendliche Menge gegeben. Und das ist ja auch in der Praxis oft so, wenn Sie denken, Strings zum Beispiel, mit denen ich vielleicht so eine Aussage hinschreiben könnte, die sind gerade abzählbar unendlich. Und viele andere Bestandteile, die formale Sprachen in der Informatik haben, legale Funktionennamen in Java, URLs im Browser und so weiter und so fort. Das sind ja alles auch Bezeichner, von denen es abzählbar unendlich viele gibt. Das heißt, das ist eine ziemlich praktische Annahme, möchte ich damit sagen. Okay, das sind also die Atome. Ich nenne die P für Propositionen. Man sagt ja auch zur Aussagenlogik, propositionaler Logik. Und man kann sie aber auch anders nennen. Ich vermeide oft den Begriff Variablen, weil es in der Prädikatenlogik auch Variablen gibt, die etwas völlig anderes bedeuten in der Syntax. Und ich möchte die Verwirrung möglichst vermeiden. Die sind Variablen in der Hinsicht, dass sie wahr oder falsch sein können. Aber Proposition oder Atom oder Aussage ist mir in der Regel lieber. Die Menge der aussagenlogischen Formeln ist jetzt wie folgt. Induktiv definiert. Dazu sage ich gleich noch was. Zunächst einmal ist jedes Atom selbst eine aussagenlogische Formel. Man muss nicht mit anderen Atomen verknüpfen. Das Atom allein ist auch schon eine Formel. Und außerdem gilt, wenn ich bereits Formeln habe, F und G, die aussagenlogische Formeln sind, dann ist auch die Negation von F geschrieben als Nicht-F eine aussagenlogische Formel. Die Konjunktion, geschrieben wie hier, F und G eine aussagenlogische Formel. Die Disjunktion, F oder G eine aussagenlogische Formel. Die Implikation, F impliziert G und die Äquivalenz, F ist äquivalent zu G. All das sind ebenfalls aussagenlogische Formeln. Okay, mit anderen Worten, wir können immer größere aussagenlogische Formeln konstruieren, indem wir mit den Atomen beginnen und dann Gebilde durch diese Jungtoren zusammenfügen. Was meine ich mit diesem Wort induktiv jetzt? Induktiv bedeutet einfach, dass die Definition hier die kleinste Menge an Formeln beschreiben soll, die all diese Bedingungen erfüllen. Also die Definition ist ja selbstbezüglich. Sie sagt, wenn ich schon aussagenlogische Formeln habe, dann müssen weitere Dinge auch aussagenlogische Formeln sein. Sie sagt aber, in diesem Sinne ist es wie eine Gleichung in der Arithmetik, wo man x in Abhängigkeit von x definiert. Also Sie haben hier die Aussage, wenn Sie eine bestimmte Formel haben, wenn die Menge da Formeln f und g enthält, dann muss die Menge da Formeln auch all diese Ausdrücke enthalten. Und es stellt sich heraus, es gibt tatsächlich für solche Definitionen in der Regel mehr als eine Lösung. Da ja die Definition nur verlangt, dass zusätzliche Dinge auch Formeln sind, kann man zum Beispiel sich eine Lösung vorstellen, bei der alle möglichen Hintereinanderreihungen von Zeichen auch Formeln sind. Das ist natürlich nicht gewünscht, aber das würde die Bedingungen ja erfüllen. Für alle Formeln gilt dann, dass auch ihre Negation eine Formel ist zum Beispiel. Denn es sind ja alle Zeichenkettenformeln. Das ist nicht das, was man meint, wenn man so eine Definition aufschreibt. Deshalb sagt man dazu, wir meinen die kleinste Menge von Formeln, die nur das enthält, was gerade so nötig ist, um all diese Bedingungen zu erfüllen. Und wenn man kleinste Menge zu lang findet, dann kann man auch einfach sagen, ist induktiv definiert. Induktion, Sie wissen, ist ein Beweisverfahren, bei dem man vom Kleinen zum Großen geht, bei dem man Schritt für Schritt immer mehr abdeckt und nichts anderes betrachten möchte, als das, was dadurch entsteht und hat also auch was damit zu tun. Okay. Das sind also aussagenlogische Formeln. Da wir in dieser Videoreihe überhaupt nur aussagenlogische Dinge betrachten, verzichten wir oft auf dieses Attribut und schreiben einfach Formeln oder Variablen eben eher nicht. Aber aussagenlogisch, na gut, Wertzuweisungen etc., die ich später noch bringen werde. Also aussagenlogisch ist das Einzige, was uns interessiert und Sie können das ruhig immer annehmen für jetzt. Okay. Beispiele. Gut. Also nach der Definition kann man jetzt verschiedene Dinge hinschreiben und erkennen, dass es aussagenlogische Formeln sind. Proposition P zum Beispiel. Meistens, wenn wir Formeln aufschreiben und uns nur interessieren dafür, wie die Formeln aussehen oder was man mit Logik machen kann, dann schreiben wir natürlich nicht, es wird morgen schneien, sondern dann schreiben wir was Kurzes, wie zum Beispiel den Buchstaben P. P und Q sind sehr beliebte Propositionsbuchstaben, werden oft verwendet. Das ist auch eine Formel natürlich, die ich hier so bilde, indem ich die entsprechenden Klammern setze. Drei Negationen kann ich hintereinander schreiben, auch das ist eine Formel. All das folgt aus der vorhergehenden Definition. Es gibt aber auch Ausdrücke, die keine aussagenlogischen Formeln sind, sind zum Beispiel P und Q oder R, denn da fehlen die Klammern. Jetzt sagen Sie vielleicht, ha, aber in der technischen Informatik, da haben wir gelernt, die Klammern kann man weglassen, weil wir bestimmte Vorrangregeln definiert haben. Ja, das können Sie gerne machen in der technischen Informatik, aber in der theoretischen Informatik ist das eher unüblich. Also es gibt dort selten oder nur in bestimmten Teilgebieten Vorrangregeln und manchmal auch unerwartete Vorrangregeln in bestimmten Gebieten. Deshalb ist es besser, man setzt die Klammern. Ich empfehle Ihnen also stark, Klammern im Wesentlichen beizubehalten, denn sie helfen Ihnen, die Struktur zu erkennen. Wenn das allzu große Klammergebürge werden, dann versuchen Sie sich mit größeren und kleineren Klammern oder mit vielleicht auch mal eckigen zu behelfen. Aber in der Regel ist es eher hilfreich als hinterlich, wenn man die Klammern nicht weglässt. Man spart sich etwas Schreibarbeit, wenn man sie weglässt, aber man läuft leicht Gefahr, die Formel in der falschen Art und Weise zu lesen. Besonders, wenn man irgendwelche Algorithmen darauf anwendet. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es einfach mal nicht üblich ist, in dem Teilgebiet der theoretischen Informatik Klammern wegzulassen. Ein anderer Grund ist natürlich, dass Theoretiker selbst mit Formeln relativ wenig arbeiten. Also, wer Logik studiert, hat in der Regel nur wenig Anlass, selbst lange logische Formeln aufzuschreiben, sondern es geht eher um allgemeine Dinge, die man über logische Formeln sagen kann. Deshalb sind Schreibvereinfachungen auch an der Stelle meistens gar nicht so sehr wichtig. Und das werden Sie auch sehen. Wir schreiben natürlich ein paar Formeln auf, aber es wird im Rahmen bleiben. Also, Sie werden wahrscheinlich insgesamt nicht viel Zeit sparen, wenn Sie ein paar Klammern weglassen. Eine Ausnahme mache ich gern, äußere Klammern dürfen wegfallen. Das heißt, Sie können einfach p impliziert q schreiben, anstatt Klammer auf, p impliziert q, Klammer zu. Und das habe ich auch hier oben schon mal gemacht. Also habe ich Ihnen schon untergejubelt, diese Vereinfachung. Die ist sicherlich unkritisch und da kann auch keine Verwechslung auftreten. Das ist keine Formel, weil wir den Operator nicht definiert haben. Ja, also Sie können natürlich leicht sehen, was das wahrscheinlich heißen soll. q impliziert p. Dasselbe, wie es auch bedeuten würde, wenn das q vorn stünde und der Pfeil in die andere Richtung zeigte. Wir haben das aber nicht als syntaktischen Operator definiert. Ja, die Syntax unserer Aussagenlogik hat eben die Operatoren, die ich gerade eingeführt habe. Das ist das Wichtige, wenn man über Syntax spricht. Und ich glaube auch, in der Informatik ist es wichtig, den Unterschied zu verstehen. Ja, also es gibt viele Dinge, von denen ich weiß, wie es gemeint ist, wenn es jemand schreibt. Aber wenn ich eine technische Sprache definiere und die in einem Computersystem verarbeiten will, dann muss ich mich trotzdem irgendwie festlegen, was erlaubt ist und was nicht. Und das ist eben bei uns diese Liste von fünf Operatoren. Man kann auch andere Listen nehmen für die Aussagenlogik. Und man kann auch ein bisschen flexibel sein. Und man sagt, na gut, das lassen wir jetzt zu, wenn es gerade praktisch ist. Aber es ist eben rein syntaktisch bei uns jetzt nicht definiert. Und wir wollen das dann auch nicht verwenden. Es wird auch keinen Grund geben, das zu verwenden. Und dann noch etwas, was ich Ihnen auch unbedingt sagen muss. Klar, wenn Sie technische Informatik in irgendeinem Kurs gehört haben, dann sollte ich Sie darauf hinweisen, dass der Oberstrich nicht die Negation ist bei uns. Also die Negation ist bitteschön dieses Zeichen. Das ist das, was verwendet wird in der theoretischen Informatik und in all den anderen Gebieten, die ich Ihnen schon genannt habe hier. Und diese Verwendung von Strichen zur Komplementierung ist dort sehr unüblich. Und das ist einfach nicht das, was wir machen. Also auch da kann man das leicht anders einführen. Das ist gar kein Problem. Aber das würde halt heißen, dass sich alle Leute, die das bisher machen, umstellen müssen. Und das bringt relativ viel nicht. Ich will nicht sagen, dass das nie verwendet wird. Also es ist natürlich eine bekannte Art von Ausdrucksweise. Aber sie bietet sich oft, wenn man mit Formeln arbeitet, die man aus logischer Sicht betrachtet nicht so sehr an. Weil die Formeln können relativ groß werden, können auch lang werden zum Teil. Und wenn Sie dann viele Negationen haben, dann bekommen Sie solche etagenweisen, Anordnungen von Strichen. Das macht die Zeile sehr viel höher, als sie normalerweise sein sollte. Also es hat nicht so viele Vorteile, glaube ich, das Zimmer. Okay, aber es ist eine Geschmacksfrage. Ich weiß, ich habe auch technische Informatik irgendwann studiert und das dort auch gerne angewendet. Aber das ist eben auch ein Feld, wo es ein bisschen andere Anforderungen gibt an die Notation. Okay, gut. Das also Beispiel von Formeln und Nicht-Formeln. Insgesamt sehr einfach, oder? Teilformeln. Was ist eine Teilformel? Naja, eigentlich, wenn ich Teilformel sage, wissen Sie schon, was eine Teilformel ist. Eine Teilformel einer Formel ist ein Teil-String, der eine Formel ist. Das kann man sehr leicht definieren und das werde ich auch gleich so machen. Zunächst noch eine andere Vereinfachung, die ich Ihnen angeben will zu der Definition, die ich gerade angegeben habe. Nämlich die Grammatik im Sinne der formalen Grammatik, wie wir sie auch vorher kennengelernt haben, für die Aussagenlogik, wie ich sie gerade eingeführt habe. Man darf eine Formel bilden, indem man entweder ein Propositionalsymbol nimmt. Da schreibe ich hier nicht eine große optionale Verknüpfung von allen unendlich vielen Propositionen, sondern ich schreibe hier P und meine damit, sie dürfen irgendeine Proposition wählen. Und die anderen sind eben die induktiven Fälle, in denen sie aus einer schon bestehenden Formel neue Formeln bilden. Und hier habe ich mich bemüht, so wie wir es auch in den formalen Sprachen gemacht haben, die Jungtoren als Terminalsymbole darzustellen. Insbesondere auch deshalb, weil der Pfeil ja in den Produktionsregeln auch schon hier vorne vorkommt. Und wenn wir nicht wollen, dass wir den Pfeil und den verwechseln. Das ist Teil des Wortes, das ist Teil der Produktionsregel. Okay, aber so könnten Sie auch in einer Zeile definieren, was eine Formel ist. Und eine Teilformel, wie ich schon gesagt habe, ist jetzt irgendein beliebiges Infix, ein Teilwort von so einer Formel, das nach dieser Grammatik selbst eine Formel ist. Man nennt Teilformeln auch Unterformeln. Okay, auch diese Definition funktioniert wieder nur, wenn Sie die Klammern nicht weglassen. Also aufgepasst, wenn Sie also sowas schreiben, wie ich auf der vorigen Folie hatte, P oder Q und R, dann gibt es da Teilstrings P oder Q und Teilstrings Q und R. Und die sind natürlich nicht beides Teilformeln, denn die überlappen sich miteinander und es kann nicht beides in dieser Formel vorkommen. Also das entspricht verschiedenen Vorrangregeln, wenn man das so zerlegen würde. Mit Klammern haben wir das Problem nicht, da würde die Klammer uns klare Grenzen setzen, welche Strings als Teilwörter noch Formeln sind. Okay, das ist also die Definition von Teilformeln. Man kann das auch rekursiv definieren. Das habe ich hier nochmal angegeben. Also rekursiv definieren bedeutet, man gibt eine Funktion an, die sich selbst aufruft, um die Menge aller Teilformeln zu berechnen. Da Sie wissen, was eine Teilformel ist, ist das Interessante hier vor allem, wie mache ich es rekursiv, wie schreibt man sowas auf. Und das möchte ich Ihnen nochmal kurz erklären. Ich definiere mir eine Funktion, die ich Sub nenne für Teilformel. Und die wird auf einer bestimmten Formel ausgeführt und liefert mir die Menge aller Teilformeln dieser Formel zurück. Was kommt dabei raus? Naja, das hängt davon ab, welche Form die Formel f, die hier als Eingabe verarbeitet wird, hat. Erster Fall, es ist eine Proposition. In dem Fall ist die Menge aller Teilformeln einfach die Menge, die nur f enthält. Die Formel ist Teilformel von sich selbst, aber sonst gibt es keine. Das ist bei jeder Formel so. Jede Formel ist Teilformel von sich selbst, aber unter Umständen gibt es noch kleinere Teilformeln. Falls die Formel selbst eine Negation von etwas anderem ist, von einem g, dann ist die Menge der Teilformeln wieder die Formel selbst, nicht g, vereinigt mit den Teilformeln von g. Das ist rekursiv, denn jetzt rufe ich die Funktion wieder auf und finde die restlichen Teilformeln. Und bei den anderen Fällen geht es genauso weiter. Bei den binären Jungtoren habe ich einfach nur zwei rekursive Aufrufe. Das heißt, ich nehme immer die Formel selbst und vereinige das dann noch mit den Teilformeln des ersten und des zweiten Teils. Was natürlich insbesondere auch immer den ersten und den zweiten Teil selbst als Formel enthalten wird und alles, was vielleicht noch darunter kommt. Okay, das ist schon alles. So kann man das rekursiv definieren und damit haben wir auch das abgeschlossen. Das reicht für Syntax. Mehr muss man wirklich nicht zur Syntax sagen. Als nächstes wollen wir uns mit der Semantik der Aussagenlogik beschäftigen. Und dann können wir auch weiter über das Logische schließen und die entsprechenden Berechnungsmethoden reden. Aber das kommt in den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Die nächste Malin ist näher вещь.